Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Pius Schmidli, Schweizer in Thailand. Ich fahre hier an der Beach Route in Pattaya und wir werden jetzt gleich durch die Walking Street fahren. Ich habe euch versprochen, Ende September gibt es noch einmal ein Update von mir, was die Walking Street betrifft, da die Bauarbeiten Ende September abgeschlossen sein sollten. Das sieht doch schon mal sehr gut aus hier. Während des Tages kann nach wie vor durch die Walking Street gefahren werden. Am Abend ist sie wieder nur für die Fussgänger. Nach wie vor sind sie überall am Lokale umbauen, renovieren. Auch einige Lokale, die noch zu vermieten oder zu verkaufen sind. Vielleicht von der Zeit her. Es ist Dienstag um circa 10 Uhr am Morgen. Darum natürlich alles noch geschlossen. Da auch zu vermieten, hier zu vermieten. Also nach wie vor sehr viele leer stehende Lokale in der Walking Street. Von der Strasse her, die Abschlüsse am Strassenrand entlang sind gemacht. Um die Pfeiler und Pfösten sind die Abschlüsse gemacht. Um die Schachtdeckel ebenfalls. Wir werden dann ganz am Schluss noch sehen, auf dem Video in der Nähe des Ballyhais. Da ist der Abschluss noch nicht ganz perfekt. Da haben sie noch ein ganz, ganz wenig Arbeit. Ja, da wurde auch was abgebrochen und neu gemacht. Hier ist auch mit der grünen Mauer zugesperrt. Da wird auch gebaut dahinter. Hier sind sie auch irgendwas am Bauen. Da ist auch alles abgesperrt mit Wellblech. Wir kommen schon in den hinteren Teil der Walking Street. Auch da sieht die Strasse gut aus. Das Lokal wurde auch geräumt, habe ich soeben gesehen. Da stehen noch Setzsteine rum. Da vorne kommen dann noch Sandhaufen und nochmal Steine. Wenn euch das Video gefallen hat, das kurze Update. Daumen hoch, wie immer. Und abonniert doch meinen Kanal. Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.